das 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 erl reich macht ihr meine anmord penis das ist eigentlich auch auf die krechten ne gerade nicht weil ich gerade so viel beschäftigt der mama und sind kindern im keller naja deiner mama mit kindern im keller also ich stimme für keller also jedenfalls lehrlicher geläuchten und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video zu farquay diesmal im arcade mode und der kleine rassist im hintergrund labert wieder irgendeinen blödsinn was hat der rassist gesagt okay das ist jetzt der was muss man eigentlich machen ich weiß nicht team deathmatch ist vermutlich mal ein gegner töten warte andré warte auf den gunner du Volldepp du brauchst einen Gunner du Idiot achja das ist ne ich hab doch Dings ja du Wichser ich bin gar noch lass mich einfach raus seht ihr mich alter ua 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 ok kann los gehen ja voll bereit seht ihr mich klatsch hast du runter gefallen wo bist du ne ich bin doch drauf ja wie er da vom fliegen ist ok das ist aber schon irgendwie jetzt cool wo sind unsere gegner die fliegen mit dem flugzeug vor uns du bist an der spitze missgeburt hab dich gekillt was gehört wir sind an der spitze grad du Wichser er hat uns ok warum haben die ein heli helis sind viel geiler ja finde ich auch stimme ich zu ader fiddler ich hab'n mörser mein gott wenn wer da denn im heli ist halt dann haben wir gleich verloren halt's mal man weht mal ab ich hab'n mörser bringt halt nix weil die in dem flugzeug drin sind oder freude voll wurg oh ne die waffe die ich hab hasse ich so sehr ich treff mit der an den feuchten du hast den feuchten in der hause ok also die grafik ist ja auf diesem arcade nicht wirklich super ne es ist arcade es soll ja retro eigentlich darstellen uuuuuh mother fucker du musst'n jail'n ich weiß nicht ich auch nicht da ist ein dude ein feind pass auf digger ein feind ist hinter dir und bei mir wow der fucking heli hat mich gekillt der typ hat ihn schon jo mann dieser heli ne was ist das für ein typ ja mann der heli ist echt op oder kann mann raketenwerp oder so als wenigstens ne natürlich nicht also wir haben hier nen mörser aber dann schießt mit dem mörser warte komm lass aufs boot lass aufs boot jamen steck auf warte mal kurz was ist dat denn akuma kann mit den voll krass zielen ey jamen komm das kann man voll krass zielen ja mit den mörser alter du kannst endgut zielen wo der hin treffen soll aber ich schwör ich schwör dieser heli ist einfach nur asozial ne was kannst du was sollen wir dagegen machen und wir haben gar kein heli doch aber der hat der heli zerstört wow das ist echt fair gemacht wahnsinn da reden wir schon gönner ja sei ja wir haben ja keinen wir haben doch mal mit der wasser drauf schießen bin ich schon dabei ey schau mal das ist so assi ne der hat sich einfach insta diesen heli gegeiert weil er einfach weiß dass es op ist du kannst nix dagegen machen da ist der heli da ist der heli ich schieß da drauf wie sonst was ich treffe los ah shit alter ich bin ich geh mal in turm rein oh da kann man gar nicht hochklettern das für ein kack ist er abgestürzt hast du den Helium gelegt ne ja ich hab ihn abgeknallt nice da ist ein feind bei uns pass auf jayden hinter diesem feind ja hab ihn schön hey hier wären raketenwerfer gewesen ne hier ist ein ganzes lager vor mit raketenwerfer ja dann nehmen die nehmen es um den boot zu zerstören boom habsi amanako ja schieß doch nicht auf mich du idiot ok wir sollten uns so ne raketenwerfer mal gönnen damit kann man auch schön die normalus wegballern das macht echt spaß ja ich hab die sniper ja ja da ist einer mit sniper geil ja ich merke schon da gibt es auch viel drin alter ich versuche mal den mörser zu bemannen wir wissen wo es der sniper hier in dem spiegel weil ausrüsten kannst du nicht das heißt du musst sie finden ah da ist jemand ach wir sind jetzt auf der anderen seite ah zu spät ey wir sind der tief jetzt vor mir bei euch ist einer drüben hier ist jemand den kannst du aber nicht abknallt na ich bombardiere hier gerade einen mit dem mörser aber ich treffe ihn nicht ey ich habe lenker geht einfach na geil super ja dann gönne ich dir Alter sag mal könnte es sein dass wir gerade die übermacht sind ne weil ich sehe keine gegner mehr sag auch nicht da ist ein feindlicher schütze wieder in so ein ding drin was für ein ding drin alter ja so ein flugzeug ich hab da oder ja so ein sturm flugzeug würde ich mal nennen na ich hab's gesehen mit dem mörser werde ich das wohl nicht treffen ich versuch's versuch's ich hab einen raketenwerfer wir haben auch kein flugzeug mehr alter ja was den tag haha hab ihn gekillt ich hab ihn raus geschossen aus dem flugzeug ach scheiße ich würde einsteigen und das würdest du nochmal einsteigen dass ich grad mit dem mg bombardiert hab ja klar ok dann noch ok da drüben sind welche natürlich kann man ja den bier ausrüsten Alter ich find den mörser einfach so geil ich will jetzt mal jemand damit killen ich will unbedingt jemand damit killen grad aber ich sehe halt keinen ist da wer drüben ne oh auf unserer seite ist wieder ein gegner ja hast du ihn? du gewinnst du gewinnst irgendjemand hat mich grad mit dem sniper beschossen wo ich auf dem mörser war glaube ich aber ist schon irgendwie cool ja wär nur dieser nervige sound bug grad nicht da ne das mir die ganze zeit hier dem äh entgegenläuft also ich hab keinen sound bug echt nicht boah das kotzt mich an alter Digga wo ist dieser verfisste sniper ich glaub da hinten im urwald irgendwo ich hab da grad irgendwie so eine gelbe markierung gesehen na ich sehs ah da im haus ist wer drin ja mister komm ich nicht hin mit dem mörser schade hast du den weder äh einen hab ich da hinten noch umgelegt aber da sind nämlich bei diesem haus komm noch ein äh er wollte mich unbedingt mit der rakete killen die fette sau okay sind auch keine sniper äh andere da kommt jemand bei dir rein von hinten oder ach das sind verbindet da alles gut ach so ach so okay ja aber ich hab den namen nicht gesehen das will ich jetzt sehen war es laut? was war laut? ich hab das gar nicht gecheckt ich hab mich zuvor ich hab mich gerade richtig auf alter ich hab den gar nicht dann sei froh bin ich alle die verstecken sich da alle im urwald ey was sind das für welche und der sieg steht bevor ach äh da ist jemand ah perfekt ich hab den mörser mach das er kam von hinten ach scheiße man jetzt steht wieder einer an einem G boom bitch oh du bist tot get out the way ja ich mach mal halt stealth mode alter ah Mist ich wird gekillt schade hat meinen Kopf gebrochen die sau sieht gut aus von uns die Jungs natürlich würde mich wundert wenn wir das nicht verlieren sieg gerade ist Hitler klar macht mir irgendwie ein bisschen angst Adolf Hitler nice stufe 2 nice stufe 3 nice stufe 700 gefällt es gefällt ja also ich hätte gedacht dass er kate so nice ist muss ich ehrlich sagen eine runde spielen da muss ich eben kurz weg aber ich bin zehn minuten wieder da kinder füttern oder dann nein ich muss zu meinem onkel rüber alter onkel für da wollen wir dann ich wollte jetzt mal einen anderen modus ausprobieren aber dann spielen wir noch eine runde team der match hier gibt es keine gesundheit der generation hier beide zusammen okay bewaffnung steht da okay der schleuder habt ihr okay es war vor jetzt habe ich irgendwie angst ja nicht nur du heute wird heruntergeladen das sah schon irgendwie so ein bisschen quank aus hat ja auch irgendwie seitdem ihr das spielspiel voll bock irgendein grünes gras zu schnüffeln das habe ich schon gemacht weißt du ich hock da dann diesen bunker rum auf einmal denke ich mir warum bin ich bekischt da ja ich denke mir so ich denke mir so cool da drüben ist eine ihrer kirchen ausgehalten krasser shit ja genau das wird von erfolg gekrönt sein dann würden wir das nicht gewinnen oder sind gegner ich habe schon kühl gemacht ich habe schon kühl gemacht damit ja weil er voll angehätet war hatte denn in dem basic geschlagen das habe ich vier mal mit der straffkern abgeschossen und bis trotzdem gestorben ja das ist das problem weil die haben sogar die haben extra wir haben sogar auch noch rüstung und deswegen sind die noch härter also nicht aufpassen mit mit tot na toll alter ist es sein ernst er quatscht durch die map ist das sein gameplay er quatscht einfach nur durch die map hrc hoffentlich hat die visierung man hat keine visierung was macht ihr da oben hat der flugzeug ja dann flugzeug wer was werden fliegt euch da ist ein typ mit einem heli ein feind ich sehe es gerade wie assi ist das denn bitte voll assi aber nur er ist bei euch die sicht auch so beschissen ja so schade ich habe hier ist ja auch alles rot schaut wie er mich sagt mit seinem scheiß heli das aber nur unfair aber diese helis sind einfach nur op was willst dagegen machen ich versuche mich nicht treffen zu lassen ja wow in den fucking wald ja ich war jetzt habe ich aber überall gegner um mich rum vor allem die waffen sind halt echt scheiße die haben keine visierung und so mit dem kann man einfach nicht zielen war hinter mir ist irgendwo einer unten trotzdem sind wir irgendwie am gewinn ernsthaft obwohl die ihren op scheiß drecks hier haben ja fragt man ich hätte das ist natürlich auch totaler blödsinn dass man die namen von denen ja auch auf distanz so krass sehen kann aber ich habe einen getroffen aber der lebt noch die sau da ist es tot sagen wir haben die kein heli mehr oder doch okay die haben noch den schlamp fest ich frage mich warum die fahrer warum die gerade am verlieren sind die haben heli ja keine ahnung die fallen muss man sich schon stellen und ich bin jetzt gerade nicht so wirklich der wo die kills macht weil das ist hier einfach nur wo ich weiß ich echt was ich dazu sagen soll wir sind halt überweiter von echt jetzt lucky number echt jetzt die waffen nerven halt echt ein bisschen weil die sind einfach das visier ist halt einfach gammelig was willst du damit auch schon treffen wir müssen noch einen killen oh wir haben auch granaten voll verpeilt egal wir haben gewonnen ich habe mir gefallen eindeutig nicht nicht weil ich oft gestorben bin sondern einfach weil die einen heli hatten und wir nicht vielleicht stand der heli auch in der mitte und wir haben ihn nicht gesehen ja das kann sein aber trotzdem alle die die sicht ist einfach nur bescheuert gewesen ich bin aus dem lobby raus weil ich jetzt eben weg muss ich gehe auch mal aus der lobby raus und verabschiede die leute die natürlich hier zugeschaut haben ich hoffe natürlich ich hatte dieses kleine multiplayer video gefallen lasst gerne eine bewertung daumen nach oben kommentare oder vielleicht auch ein abo wenn ihr euch denn für mein content interessiert und vergesst nicht das video mit eurer oma zu teilen um mir zu zeigen was heutzutage so hippie ist bis dahin abon l abon l abon l abon abon l abon l abon l